Herzlich Willkommen wieder zu einem Let's Play League of Legends. Ich spiele ein Normal-Game und habe ihn nämlich für Singed auf der Top-Dame entschieden. Das hat wieder ein Abonnent gefordert, dass ich den mal spiele. Deswegen mache ich das jetzt auch mal. Ich habe ihn zwar noch nie so richtig gespielt, also das ist jetzt glaube ich mein drittes Game mit Singed und die anderen Games waren auch schon lange her. Aber egal. So schwierig kann das ja nicht sein. Ich spiele glaube ich gegen einen Arse hier. Ja, der hat Teleport dabei, ich nicht. Obwohl eigentlich Teleport auf der Top-Lane stärker ist. Aber ich wollte jetzt mal mit Knight spielen. Einfach nur um 1 vs 1 mehr Damage zu haben, weil sonst wenn ich immer auf der Top-Lane spiele und ich nehme TP mit, dann hat mein Gegner Ignite mit uns. Das finde ich mal nervig. Deswegen finde ich das jetzt mal besser, wenn ich auf Ignite und nicht auf TP spiele. Ich habe jetzt auch, ähm, man sieht es vielleicht, ich habe jetzt schon 361 Movement Speed. Ich habe nämlich Movement Speed Runen drin. Wie viele Stats habe ich denn? Aber wenn man siegt, habe ich auch ein bisschen, ähm, Armor Penetration. Weil ich habe, ähm, die Runen, die beides geben, also Eyebird Penetration. Einmal geben die dann ja Magie-Durchdringung und Rüstungs-Durchdringung. Das ist auch ganz geil, dass sein Leben mit Mana skaliert. So, jetzt erstmal hier auf Swarm konzentrieren. Ich habe jetzt die Anangegeräusche und Rüstungs-Durchdringung. Ich habe keine Chance, dass ich in den Verlust bị stirred. Ich habe Angst, es Marco-Durchdringung. Ich habe nicht mehr Szenaschrainder, die ich nicht mehr nennen. Ich habe nicht mehr Unterstützung dabei. Ich habe nicht mehr Szenaschrainder. So, den Trade hab ich erstmal gewonnen. Ah, dadurch, dass ich jetzt auch Glass gehabt hab, hab ich mehr Sustain. Jetzt kann ich auch wieder warten, bis ich meinen Mana wieder aufhören hab. Nice. Ich brauch erstmal 700 Gold, bevor ich weggehe, damit ich mir die Trainer holen kann. So, vom Farm her fühl ich auch. So. So kann man all Mushroom die Waves upfarm, mit dem Gift. So. No. So. Wow. I'm down. Ja. Ne, jetzt war das Problem halt, dass ich keinen Mana mehr hatte. Weil sonst wär der Asi hier neben mir weggekommen. Oh gut. Jetzt steht der Set schon 2-1. Schade, dass dann immer die Leute nicht verloren, wenn sie sehen, dass ich hier am Weglaufen bin. Und wenn er dann gekommen wäre, hätten wir ja vielleicht noch was rauskommen können. Ja. Und ja, was? Das ist ein Wettbewerb. Wow, Azia ist einfach so nett. An ally has been slain. Enemy killing spree. Soldier, onward! On my way. He has no mana, that's why I would like to engage him. I'm nearly tired. An ally has been slain. On my way. Oh, I'm not going to slain. Oh, I'm not going to slain. Oh, I'm not going to slain. Wow. Wow. Muss mal wieder erst mit seiner scheiß Passi, äh, mit seiner scheiß Passi, äh, mit seiner scheiß Passi, mit seiner W oder seine E ist es, glaube ich, angelaufen, komm. Ja, das finde ich halt immer Kacke im Wunsch. Man kann zwar richtig damit rumtrollen, aber, ja, wenn man dann hinter einem herläuft und er folgt einem nicht, dann ist es halt Kacke. Und gerade dann auch noch, wenn dann der Jungler ständig kommt. Oh, my, to shake or not to shake. I hear you. Das war's für heute. 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 Nice. Jetzt läuft's doch. Jetzt brauche ich gleich nur noch Schuhe. Das war's für heute. Ja, die Schuhe kann ich mir jetzt auch, die hier empfohlen sind, holen, weil er macht ja magischen Schaden. Und dann macht er mir ja halt nicht mehr so viel Schaden. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja. Ja. Ja, der ist schon. Ja. die er ist wirklich noch der der sonstigen mit seinen Soldaten darüber gesprungen wenn er jetzt nicht da ist, fahren mich mit Proxy er bin 1 da Wow, der Typ macht rein, weil es so viel Schaden macht. So, ich versuche jetzt auch hier auf Spirit-Visage zu bauen. Ja, weil wie gesagt, der macht halt richtig Schaden. Ich habe sogar mehr Rüstung als Magie-System. Ja, mein Tower ist, glaube ich, down. Aber der Typ steht schlecht der Einzelnen. Und er hat weniger CS. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, Das war's. Ich habe sogar noch mit dem besten Farm Ich finde das einfach so nervig Also er kann so hart Also er muss einfach gar nicht dastehen Und macht so einen Schaden Ich kann mich nicht beruhigen Okay jetzt geht der Ping wieder hoch Ja ich geh dann mal eben weg So jetzt ist der Ping wieder unten So jetzt habe ich genug Gold Und hier die Magieresistenz Gibt mir dieser Mantel Habe ich auch schon fast Ich habe sogar über 100 I hear you Das ist Schadenland Das ist Schadenland Ja Das war's für heute. Ja, das ist doch Ja, das ist doch Ihr Team hat die Turret Killing, Spurrier An ally hat sich geflogen Hübsch 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 So Ich werde langsam aufrichtig Tanki So Fett Hübsch Wird 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 Was Wird 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 Ich höre. So, jetzt mache ich hier wieder einen auf Proxy. Ja, soll er mich fighten, dann verliert er halt seinen Terror. Doch. Und jetzt, hier kommt ein Blut, Jungs. Ach, ich bin hier. Ja, ich bin hier. 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 Ist das immer wieder? Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Und wenn ich wenigstens Ich bin sehr gut, ich bin sehr gut Ja, meine Tränen sind voll gestackt. Und weiter geht's! Das ist so toll, diesen Champion zu spielen. So, was kann ich mir jetzt holen? Teuer sind jetzt 1.140. Oh, da muss ich wohl noch ein bisschen farmen. Oh, nein! Oh, nein! Ich ping auch mal SS, dass ja Arsiel nicht mehr Top-Lane ist. Auch wenn die laning facials zu Ende ist. Oh, nein! Big Stone. Oh! Oh, die Jokes. Und da springe ich wieder zurück in die Base. Easy peasy. On my way. Oh, mein nächster. Oh, mein nächster. Oh, mein nächster. Oh, mein nächster. Ich hole mir jetzt hier den Ward of Ages. Und wo geh ich als nächstes hin? Top-Lane oder Bot-Lane? Ich glaub, Bot-Lane. Weil Top-Lane ist der Tor ja schon gepusht. Ja, der ist down. Nice. Es ist wieder gut, dass wir einen Fist haben, der richtig viel Schaden macht. Ah, unser Ward of Ages pushed auch gerade von den Minions her. Oh, da ist eine Eason Wave. Mitten im Canyon Minion. Oh! To shake, or not to shake? Shut down. It's nearly time. I hear you. Killing spree. Wow. Your team has destroyed a turret. Your team has destroyed a turret. But I got the power. Yeah, he is down. Oh, here. Lol. I see your team. On my way. On my way. Down. Nächster. Come and build, Junge. Down. Down. You can't go away. Good. Down. 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 First of all, the world is destroyed. Miss. Down. To shake, or not to shake? tiny slain Your team has destroyed a turret. What? The order is given. On my way So, noch eine Wave mache ich und dann gehe ich zurück. So, wir können die Mitte wieder halten. Okay. So, wir können die Mitte wiederholen. So, wir können die Mitte wiederholen. Oh, Gott. So, wir können die Mitte wiederholen. 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 So, hier noch das Camp machen. Ich hab einmal mal 10 Assists. So, hier noch 10 Assists. So, hier rum. Na, er wird sterben. Ich weiß nicht, warum er das macht. Das hab aber noch gesehen, dass er das... Also, dass man das nicht schafft. Vor allem nicht gegen einen Asier, der schon fast im Late-Game ist. Der Typ macht viel zu viel Schaden. Nice. Nicht der Einzige, der... Ne, okay. Unser Fisk ist auch schon in der Mitte. Ich komme Mitte. Okay. 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 Ich vergesse immer mein, ähm, dieses Zepter hier zu aktivieren. Ich ulte doch. Ja, tu. Oder das war viel zu spät. Wenn hätte er ulten müssen, wenn der Tower noch da ist? Der Baum ist AFK. Er wird sterben. Oh! Das übergeht. Ich brauche 1000 Gold und dann will ich mir danach noch einen Dornpanzer holen. Ich höre dich. Ich höre dich. Ich schlopfte aber nicht. Dann verschläge ich dich. Oh, ich bin schneller, kein Problem, jetzt heißt es einer gegen fünf. Ich denke mal, das werde ich ganz knapp verlieren. Oh. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich hoffe, dass ich das gewünscht habe, dass ich Sinch will, hat es trotzdem gefallen, auch wenn ich verloren habe. Ja, und ich spiele Sinch ja auch fast nie. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr schaut einfach öfter mal auf meinem Kanal vorbei. Und wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mich auch abonnieren. Tschüss und bis nächstes Mal. Tschüss. 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 Tschüss.